Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Adventskalender! Öffnen, Bär packt, mich ruhig packt aus und ich greife wieder rein und hab wieder was. Und es ist ein Lolli. Es ist ein Lolli und der heißt, das kann ich nicht lesen, Bom-Bom-Boom. Bom-Bom-Boom. Und Lullo. Bubble-Gum-Pops. Mal gucken wie das ist. Das ist ein Deppelfarfe, Alter. Das sieht aus wie Kotze. Mal gucken wie das schmeckt. Der andere war ja nicht so. Oh, da kommt der Fortgeschmack. Was ist denn für ein Geschmack? Das ist ein Apfel, glaube ich. Ich sag Apfel, aber... Berta de lena de chicle. Keine Ahnung. Steht nicht drauf, leider. Naja gut, aber es schmeckt gut. Ja doch, Apfel. Jetzt schmecke ich es ganz klar. Hallo. So ein Apfel ist lecker. Was ich mich bei solchen großen Lutschis... Lutschis? Bei solchen großen Lutschern... Lutschern! Das Ding heißt Lutscher! Das fliegt so wie sie geht. Was ich mich bei diesen großen Lutschern immer frage ist, ähm... Was ich mich bei diesen großen Lutschern immer frage ist, ähm... Ist da ja was in der Mitte? Und ich weiß nicht, ob man es machen kann mit dem, aber ich werde versuchen jetzt durchzuweisen. Die Mitte muss nicht sein. Also, boah... Die Mitte muss nicht sein. Also, boah... Ah... Ehrlich. Echt widerlich einfach, ey. Was ist das? Ich werde hier nicht folgen. Bis morgen. ... ... ... Vielen Dank.